Die lassen sich aber auch ziemlich schwierig hier einbauen, muss man echt sagen. Warte. Du kannst hier keinen Block platzieren. Ah, ok. So, wenigstens einigermaßen hier mal so, ne? Gelb ist schon ausgeschieden. Eieieiei. Und ja, wie gesagt, ich war nur kurz ein bisschen still. Ich musste mich grad ein bisschen konzentrieren. Es tut mir leid. Ja, jetzt bin ich. Echt, haben sie sich weggeholt. Oh man, ey. Nur der überlebt auch nicht mehr lange. So, versuchen unser Tuch. Jetzt habe ich natürlich Scheiße gebaut. Ich hoffe, wir können uns noch eine Dings leisten. So. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Wir müssen natürlich erstmal hier ein bisschen los. So, ne einen und das brauchen wir. Und genau. Ach ne, stopp. So, das brauchen wir natürlich hier. So, 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 so. Bzw. so. Ich bin tot. Gar nicht komplett oder was? Ja, so gerade. Der versucht grad mein Bett abzubauen hier. Und er versucht ihm runter zu schlagen. Welche Farbe bist du? Ich bin direkt neben dir, deswegen wollte ich mich eigentlich gerade erwaschen Rot oder was? Ne, Orange, aber... Rot, weil man versucht mich gerade zu... Toten Tube Skeleton meinst du? Hm Okay Du, hier krebst glaube ich gerade nicht so doll hin Haben wir den Pitch schon? Nein, noch nicht Was ja nicht weiß, dass er mich gerade übersehen hat Ich bin gerade erschreckt, ey Der blöde Kaktus mich, ne? Ah, war das knapp So So, wir haben es geschafft tatsächlich einmal rüber zu kommen Was? Ich habe es geschafft zu überleben Ja, und wir haben ein bisschen was eingesammelt Cash Und zwar brauchen wir, wäre ganz cool, ja Nicht möglich Ja, okay, den konnten wir uns leisten Vielleicht nochmal Joa, sehr gut Tat, tat, tat So, machen wir natürlich Äh, das Und Das Und Das Ach Ach, Mann So, wir müssen jetzt hier ein bisschen Gas geben Der darf sich nicht das Gold holen, der kleine Freund So, wir müssen natürlich hier gucken, dass wir uns einen kleinen Vorteil holen So, da war er tot Nummer 1 So, an meinem Bett ist nichts zum Glück Doch, nicht War ja noch nicht da Ja, wie gesagt, wenn ihr mitzocken wollt, ne? Einfach Ausrufezeichen MC eingeben So, das ist ein bisschen So, wir müssen hier mitzocken Der Lille-Lanne gerade rüber Und, wir treffen aber leider nicht Ich bin leider zu doof So, ich sehe gerade Hier gibt es ja schon etwas, was ich immer gerne haben möchte So, ich darf nicht so oft gehen, denn nur Kaktus laufen. Das sollte nicht passieren. So, bei uns ist noch alles safe, soweit. Eieieiei. Entschuldigung, bis ich gerade so still bin, liebe Leute, falls mir noch jemand zugucken sollte überhaupt. Wir müssen natürlich immer gucken, dass es hier vorangeht. Ich sehe gerade, ich hätte etwas Wichtiges machen sollen. Bett einbauen, oder was? Nee. Ach, jetzt ist der aber weg. Da baut sich einer ein, bei ihm, drüben. Und ich höre was. Ja, kann, kann nicht bauen. GG, der war nicht schlecht, da hat er mich doch noch erwischt. Ich sag ja, ich habe ihn gehört. Ja, habe ich ihn, habe ich ihn, habe ich ihn. Nein, aber ich bin gerade zu Hause, toll. Ah, ich bin zum Sturm. Scheiße. What the fuck? Nein. Da gehst du, da, da ist nichts für dich drin. Genau, der Demo-Marcus guckt natürlich auch im Stream zu. Hau ab, hau ab. Hau ab, hau ab. Genau, wir machen ein bisschen Boxing. So, ich brauche nur einmal einen guten Faust-Teap. Ah, mein Bett ist auch weg. Was für ein Ding? Mein Bett und ja, alle gehen auf mich, ey. So, wir brauchen natürlich nur einmal einen guten Faust-Teap. Einen guten Faust-Teap. Was, ich bin unsichtbar? Okay, das kann sein, dass es ein Bug ist, weil wir zu nahe zusammenstehen. Das tut mir leid, lieber Markus. Wie gesagt, das liegt an Minekraft. Sehr gut, hau ab. Och man, ey, das fuckt so ab, ey. Ich hoffe, du hast mich jetzt gesehen. Ansonsten, wie gesagt, das ist ein Minecraft-Bug, es tut mir leid. Alter, da kam er einfach rüber. Alter, Falter. So, wir haben aber noch... Schauen wir mal, was wir davon noch erreichen können. Ähm, können wir... Ja. Nein, ja. Sehr gut. So, das ist schon mal wenigstens etwas. Wir haben das dann selber verbraucht. Vielleicht können wir davon, ja, sehr gut. So, und wir müssen mal gucken, dass wir nicht... Oh, runterfallen. Oh man, let's fail. Okay, gut, dann müssen wir jetzt nochmal. Ich höre schon, bist du schon, weil du raus bist, ne? Mhm. Das ist ein bisschen doof. Oh Gott. Ich hoffe mal. Na gut, das sieht gut aus. Vielleicht. Ja, sehr gut. Und... Oh nein. Oh man, liebe Leute. Na, wie gesagt, wenn ihr mitspielen wollt, ne? Könnt ihr alle herzlich willkommen. Beim Let's fail. Und... Müssen wir mal gucken, welches Team lebt dann überhaupt noch? Oh Gott, es lebt nur noch drei. Vielleicht gewinnst du ja. Na, schauen wir mal. Ich muss mir auf jeden Fall... ...versuchen hier irgendwie, ne? So ein bisschen... Ich bin gar nicht hier. Ich weiß gar nicht, welches Team lebt dann noch. Pink lebt noch. Und ich sehe da, was... ...was er nicht sieht. Dann, tada. Nur mit deinem Pech, dass ich dort spawnen habe, mein Freund. Ich hab dich gesehen. Boah, das war lucky, Shad. Man, wappelt ihr immer alle zu mir. Das ist so gemein. So, wir machen, genau. Wir machen nächstes Mal auch eine Großrunde. Wenn ihr wollt, natürlich. Boah. Und wir müssen jetzt versuchen. Das ist wieder so. Sachen des Spawns. Zum Glück, wir haben normalerweise... Alter Spawn-Trapper. Ich hoffe, Team Aqua sieht das. Kommt zur Hilfe, geil. Nein, wir müssen natürlich schauen, dass wir überleben. Er hat sich natürlich so blöd hingestellt. Aber sowas ist lame. Er müsste sich ja mal dann, wie sagt... ... am liebsten ein bisschen weiter vorbauen. So, wir versuchen ihm natürlich aber immer wieder... ... das Leben schwer zu machen. Hau ab! So, er hätte nur eine ordentliche Kante bekommen müssen. Hau ab! Das ist so ein Glück. Sowas liebe ich immer. Aber er versucht es wenigstens zumindest gerade. Aber er... Ne, jetzt steht er wieder. Jetzt steht er wieder. Und was macht Team Aqua? Der Typ Markus? Bei mir in der Base ist gerade Party. Falls du Party so wusst. Oh Gott, und da waren wir im Bett weg. So, wir haben wenigstens noch unsere Sachen mitgenommen. Und sterben ehrenvoll. Als Vorletzter. So. Ja, leider nichts übrig gelassen. Aber für diese Penetrant... Na, wir machen einmal kurz BW Leaf. Und Just 99112. Also, ich sag mal Just. Ne, willkommen. Und hallo. So, machen wir mal kurz BW Leaf. Alter. Erste Runde wieder, ne? Also, 14 Leute sind jetzt auch am Start. Also, ich denke mal, wir kriegen wieder auch eine größere Runde jetzt einigermaßen voll. Äh, wir wollen zu Bad Wars natürlich. So, und die Leute gehen schon in BW 5. Gehen wir in BW 5, oder wie? Jonas, kommst du mit, oder? Ja, ne? Ja, komm bitte noch in BW 5, oder? Ja, ne? Und Big Head, ja, ich bin leider... Äh, das ist leider... Also, ich streame gerade, ja, genau. Achso, loih. BW 5 waren wir ja gar... Ne, waren wir nicht drin, oder? Wir waren in BW 6. So, und ich sehe gerade 5.2.2 ist auch am Start. Hallo? Ich weiß nicht, wenn du willst, können wir dich ja auch mal neben Bayern üben. Oder den einen oder anderen, musst du halt mal sagen, ob du das möchtest. Genau, in BW 2 werden wir dann reingehen. Ähm... Hallo? Just, ja, wir haben TeamSpeak, klar. Ne, also einfach Ausrufezeichen TeamSpeak, äh, Ausrufezeichen TS in Twitch-Chat eingeben. Und dort findest du unsere IP. Wir sind hier auch gerade mit ein paar anderen Leuten, natürlich noch ein paar mehr Leuten, äh, hier im TeamSpeak-Chat sozusagen. Ne, und auf dem Server sind auch noch der eine oder andere hier. Ne. Und hallo, Malte. Hallo. Alles gut? Ja, sicher. Blau, ne? Ähm... Weiß ich, ja, warte mal, wir müssen erst mal gucken, wo seid ihr denn überhaupt? Wir müssen uns erst mal sammeln. Okay, komm, blau, oder? Jo. Na, Jonas ist jetzt in Rot. Ja. Switchen die alle. Na, wie aber nicht, oder? Hast du? Ich hab schon, ich hab gestritscht. Oh nein, okay, komm, wir gehen wieder rüber. Oh nein, das ist ganz schwierig. Ah, das ist... In 30 Sekunden geht's los. Warte mal, wir nehmen mal, welche Map nehmen wir überhaupt? Robid find ich auch geil eigentlich. Das ist die neue Map. Rot. What? Du musst da eigentlich richtig gezählt sein. Ich hoffe, das passt. Wir schauen mal. Du warst auf jeden Fall noch vor den anderen, die jetzt gerade alle gekommen sind, und also muss das eigentlich geklappt haben. So, dann geht's auch gleich los. Ne, wir sind wie gesagt nicht in der ersten Runde, aber... Ja, Markus, in der ersten Runde, Gigi. Auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch. Ja, hier gibt's Gold und Silber auch auf der Map, ne, und musst du halt ein bisschen klatschen. Ich hol mal das Silber und das Gold ist noch weiter oben. Achso, achso, okay. Und was ist in der Mitte? In der Silber. Ja, da bin ich jetzt gerade. Okay, das ist gerade. Ne, wo die sich gerade hinbauen? Äh, in der Mitte. Was gibt's, glaube ich, nochmal irgendwie was? Na, oder was ist die Kampflinie? Ich weiß nicht, ganz hundertprozentig. Ja, das sind Goldblöcke, also wird das für Gold sein. Ich kann nichts in der MC, hallo. So, ich werde gleich oben auf jeden Fall nochmal ein bisschen safe bauen. So, ich hoffe, wir kriegen ein bisschen Blöcke. Oder wie weit seid ihr schon? Sehr gut. Wir sind drüben bei Gold. So, wir brauchen nämlich noch ein paar normale Blöcke. So, was soll eigentlich schon reichen für den ersten Augenblick? Das, zack, genau. 28. Und 5. Wir machen auf jeden Fall eine. Für euch. Genau, Theodaf Bratwurst, da bin ich nämlich auch gerade hin auf dem Weg. Er ist auch am Deffen. Das war der Moment mein Spruch eigentlich immer, den ich mache, aber ich Deffe. Nein. Aber hier bei der Runde ist es tatsächlich sinnvoll. Das Gold macht ihr ruhig, ne? Packt es in die Kiste, wenn ihr es nicht brauchen solltet, ne? Jo, die kommen. Ich bin hier alleine, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, wir brauchen gerade das Bett zu. Gut gemacht. Ja, wir brauchen keine Knockbacks. Lieber Just, 99.112. Ja, danke auch für den Follower. Hallo. Nochmal. Es müsste mal einer mit in die Mitte kommen. So, und ich weiß ja nicht, ob du... Oh, im TeamSpeak bist du ja wahrscheinlich schon. Herzlich willkommen auch, wie gesagt, im Stream nochmal. Und wie gesagt, fuck, ja, danke für den Follower. So. Achtung, es kommt einer rüber. Nee, ist tot. Ja, wir sind hier schon ein bisschen... Wir haben schon einigermaßen... Ne, so safe. Oh, hier ist der nächste. Alter. So, hat jemand das Gold überhaupt? Moment, hier oben war doch Gold, glaube ich, oder? Boah, diese dreckigen Spinnenweben, ne? Das ist das größte Dreck. Ähm, das Problem ist, lieber Just, wir haben noch ein paar mehr Leute hier auf dem TeamSpeak. Und wenn die gleich nachher noch alle reinkommen sollten, nebenbei. Wir entmuten immer ab und zu zwischendurch, dann halt welche, ne? Nicht wundern, deswegen. Aber wir reden sonst mit jedem eigentlich. Na, nur während des Streams ist das halt ein bisschen, ne? Kannst du ja verstehen. So, ähm... Vor allem mal Gold. Gold, jetzt wollte ich eigentlich nach Gold suchen. Hm, wir schauen mal. So, ich darf nicht zu viel Leben verlieren. Hat jemand Essen geholt? Ja, sehr gut. Ein paar Äpfel. Alter!